Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge ist es glaube ich League of Legends Diesmal sogar mit einem besonderen Gast hier Der Schüttel hier aus seinen Hüften so schön Der Maxim, der Erste Und OneSkill ist auch wieder dabei Oder Hardcheck halt hier im Game Kann man vorbeifeln, weil vorne geht schon ab Und ja Du bist das erste Mal dabei Bist du nervös? Nö Nicht? Nö, ich werde schon ziemlich nervös hier Ich bin ziemlich verliebt Ja, ja Meinen Held habe ich schon mal gespielt, also ich kenne den auch immer so Ich kenne meinen Held schon ganz gut eigentlich Ich habe den Eimer erst gespielt, aber ich habe ja auch schon voll gelacht, ich finde den ganz gut Und dich möchte ich jetzt auch mal fragen, weißt du was Was es bringt, wenn man diese kleinen Dinger da füttert? Boah, ich weiß nur, dass die nach einer Zeitlieb voll fett werden Ja, die werden dann fett und die mögen nicht Und weiter weiß ich auch nicht mehr Ja, ich hab das schon gar nicht weiter Aber es geht auch mit der Wache, wer braucht Bana? Äh, F Was hier Bewacht du, dann kannst du Mana geben? Na ja, mit meinem F Heysen Oder so Uh, woa ja ich weiß das ist von ihm ich hoffe dass wir die Folge gewinnen wir spielen und was hat die denn gerade gemacht wir hatten Sprüngchen auf dich gemacht ein Sprüngchen wie du das ausdrückst du bist ja lang ein Sprüngchen oh ne aber jetzt ich hab wieder mal ein Sprüngchen auf mich aber jetzt reicht's mal lang tja ich wollte das ja was sein umgeschlagen ja im Zulungspiel das muss ich ja eigentlich nichts mehr sagen man sieht es wir spielen Narem hier wieder vor gegen 5 Standard und oh shit hier geht's wirklich zu mich ab wir spielen Narem 5 gegen 5 ist schon klassisch und äh wir haben es auch schon 10.000 Mal schon gespielt also dementsprechend musst du mir dazu nichts mehr sagen außer dass man halt wieder zufällige Helden hat ich bin meiner Helden war ganz zufrieden der Hard-Checker denke ich mal auch ja klar ja Maxim weiß ich jetzt nicht ja ich hab die mir hingekauft bei dem jetzt was nicht ja ja ich bin das das finde ich blöd man kann ja hier leider keine Item-Zenken wie überreichen sonst würde ich hier EG geben weil ich hab noch voll Fehler ich hab nur 3 Stück hier könnte ich hier gern geben Aber das heißt ja, man kann es testen. Ja, das heißt ja, man kann es testen. Ja, aber es ist ein bisschen mehr Positiv von uns aus. Ich weiß es mal sagen. Wobei ich noch nicht gegen jeden, der gegen einen Spieltag ging, finde ich eigentlich erst einmal im Team gehabt. Die Euro muss aufpassen. Oh shit. Die Euro muss aufpassen. Die Euro muss aufpassen. Die Euro muss aufpassen. Wie denkst du das? Ich... Er spricht nicht. Das heißt, wenn du jetzt gehst. Ich bin jemand. Die Euro. Was ist denn dein Positiv? Dieses Klammer. Was? Das heißt Fraß. Ach so, dass du dann an das Ding reingest und das sozusagen. Ja, das ist halb aufwässig. Kann man so auch sagen. Was? Der dem einあ Vater ist eigentlich ein weibungsvollesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesnetz und sspmain und von den die ist schlicht es ist Und jetzt leben, und jetzt leben. Also, ja. Wo steh ich mich dort? Fuck. Ich verreck jetzt auch noch was dafür. Und eigentlich kriegts. Aber egal, jetzt können wir jetzt beste Items wollen. Ja, ich hab auch eigentlich schon ziemlich gut geblendet. Ist auch fair. Ja, also du musst aber auch mal was sagen, ne? Na, ich hab auch schon ziemlich gut geblendet. Oh mein Gott. Nein, was macht Schatz? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warte, ich komm schon, alles cool. Bleib in dem Tower. In dem Tower, in dem Tower. Hey, du hast mir Leben von Jesus einfach gegeben. Leute, wie es auch eigentlich zu dieser Folge kommt, ist, äh, ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Äh, irgendwie nicht. Ich kann's jetzt auch da, im Endeffekt, weil sie haben sowieso immer wie jeder. Wir haben gestern schon die Folge aufgenommen, eigentlich die jetzt, äh, schon vor Ort war. Hier vor Ort. Und was blöd ist, ähm, ja, ich hab sie gespeichert und auch gerendert, aber ich finde sie irgendwie nicht mehr von meinem PC. Kann sein, dass ich hier aus dem Gericht hab. Kein, ähm, zeichnst du was? Ich weiß, dass ich sie nicht mehr finde. Ja, komm, pass auf, Lenkleis, glaub ich, hier bei euch. Ja. Zum Gerisch. Hier im Gerisch. Nice. Auf die Augen. Ich hab's erst zwei Kids. Schuh, drei, sechs, sechs, sechs. Zwei Kids und zehn, das ist nicht. Ich hab's noch Jugs. Jugs verweckt. Ja, die Schuss verweckt. Durch Jugs. Oder Jax. Jux. Jux. Läuft hier schon eigentlich ganz gut. Jux. 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 Ich bin denk TV. Ja, ich hab's nie in die ganze Zeit. Ich merke, dass ich mir im Manusfeld gekocht habe, dass er übertrieben für den Arsch ist. Und ich im Regal kein Manusfeld. Da kommen Jax. Wo ist der? Oh! Fuck. Ich krieg mal. Du bist hier. Hä? Du musst mir so weit zurück, ich hab 3.000 Seiten. So schnell. Ich hab grad überlegt, meinen Ulti zu machen. Kannst du dich eigentlich auch damit selber töten? Weiß ich nicht. Weil du gibst ja Abskalte, ich hab grad schon wieder fast getötet damit. Ja, ich weiß. Guck mir mal, ne? Na, geht nicht so weit. Ne, kann ich nicht. Aber beim Stimten Jinx kann ich noch nicht mehr. Oh! Zwei drauf, Alter. Oh! 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 Ich denke ich bin ja schon klar! Oh! Ja! Oh! 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 Ich hab die ganze Zeit irgendwie... Ja. Weil es ihren Gifte. Oh fuck. Wir müssen noch ein bisschen weitergehen. Oh, du machst das Oh, du machst auch das hier Oh, du machst dann das schon بعد und siehst nachSchwраст Ich meine jetzt, Flo, Seek Das du hast live für unser Getr sie hier stets man ist jetzt nicht mit dem Weg damit die Strasse nicht damit er ja klar es ist ja das Leben es ist nichts achten beteiligt es ist es ist man muss sich das bestätigen es ist hier ist auch es ist wer es ist und er steht Der ist eigentlich dazu da und wenn du noch D dazu hast, geht der eigentlich übelsthaft, damit der Wettbewerb ist schon zu unkommend. Fuck. Unlesung. Oh, den krieg ich nicht mehr! OIT! Scheiße, verbrenn ich ihn noch? Wahrscheinlich nicht mehr, denn noch zum Final von der Kanal, länger lebend. Ja, das wird... Jax, ich bin richtig übertrieben und... Ich finde das cool an dem der Springdruck, so ich verstehe dich der in der Laterne in der Hand. Warum nicht? Ja, ich meine, soweit ich mit der Laterne zu kommen, entscheidend hat, scheint Spaß zu machen, aber... Ich weiß ja nicht, ob's was bringt. Du hast ja auch wieder abgerollt. Okay, gut, was kauf ich mir mit, vor dem Leben auf Leben zu gehen, Ablängselt und Schaden. Was bürst du denn noch mal? So. Ich, ich weiß gar nicht, was mein Charakter ist, was hab ich mir gerade gemacht. Ah, noch ein Lüster. Ja. Achso, der Charakter-Tarren, ja. Ich bin mir nicht mehr in sie sicher, was der macht, deswegen... Ich freu mich ja, dass es dir hier so gut gefällt, aber... Und Jax, geh hin. Wunder. Ich kann nicht mir vielleicht noch ein Item kaufen. Hier, hier, hier kann ich... Cool. Oh, zu mir leid. Oh, mein Mutualgewinn. Aber ich hab die Escort angemelt geklaut. Das blöde ist... Das blöde ist... Ja, aber gut, oh, Herr, du. Ich hab die Escort angemelt. Warum schreibt Jax, wait, oh, Herr, du? Ich mein, was soll ich wieder machen? Ja, was sollten wir denn machen? Ich war doch selber dran. Ja, 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 ja. Mhm. Das war da. Der hat mir so nicht damage gekriegt, oder? Ich hab's gesehen. Das blöde ist... Ich kann hier nicht... Ich will jetzt nicht am Tau angreifen. Das geht, der Tau! Guck mal, der macht mir auch gar keinen Schaden. Ja, nee, so, du bist voll live. Ja, jetzt bin ich wieder, aber der hat mir auch fast gar keinen Schaden. Ich mach jetzt schon ein bisschen Schaden. 차�ier. Aber wir haben es noch nicht besonders wichtig, ich hab dich auf Ablegenzelt und ein bisschen auffleben. Nachmarschland. Nö, ulti verkackt. Watch out, watch out. Oh, man. So, sterbe ich. Oh, man! Oh, ich mach jetzt kann ich... Vielleicht nicht. Das ist mir jetzt weiter dein Gebetfen, genau. Gehen solls. Weißt du mich? Oh dieser Speed, dieser Speed. Oh oh oh, die ist ja wieder da. Das ist doch so. Ja. Ja, mach ruhig, wer soll. Ist ja nicht so, als hätte ich noch nicht meine Hilfe bekommen. Ich sehe, muss leben. Etwas, warte. Da hinten liegt auch nichts mehr, hat mir alles gepolt. Krass, krass. Easy. Da, da ist Leben. Aber ich weiß nicht, ob sie es kann, deswegen echt. Nein, nein, Paula, die ist sicher. Ich glaube nicht alles. Ach der Paula. Oh kacke. Was war das denn? Ein verkackter Attacke aus Problemen drüben. Nein, ich meine, das hier verkackt gleich mal die Attacke. Das, das ist so. Die macht ein bisschen damage. Und ich glaube, die macht auch mal raus. Du hast zwei Fähigkeiten checkt, das ist echt ein Problem. Oh shit. Du hast zwei Fähigkeiten checkt. Oh, die stimmt, die stimmt, die stimmt. Okay. Okay. Oh shit. Ich kann da gar nicht rein, das ist richtig blöd. Das ist jetzt voll Sinn, dass da jetzt drauf zu retten. Ja klar. Oh ja, das schenkt. Oh ja, das ist das. Alter, die tödlich ist. Okay, das war's. Okay, das war's. Okay, das war's. Oh shit. Oh shit. Ich bin schlafen. Leider. Ich brauche nur noch ein bisschen. Ich brauche mich auch noch ein bisschen. Vierer Freitag. Ich brauche nicht mehr für dich zurück. Die probier ich auch gar nicht mehr. Die probier ich auch nicht mehr. Aber die lassen wir noch. Ich meine, das sind muss jetzt zu Hause. Ich packe mich hier, glaub, eine Teiltrecke voll. es ist sinnlos also gilt behalve genannten lieben hier in der ersten beiden abgelaufen ist ja ich weiß aber da weiß ich doch er hat auch noch aus jetzt ist es wieder wenn er so macht die händler wird worden mit der Hand ich habe mich nicht mehr als bestätigt dass ich gehe ich gut auf das nicht mehr es gibt ja auch eine sehr feste Steuerheit stellt So Blitz Tasten, die kann zu drücken, da hat man diese W-Spanion oder so Direkt ausgewählt, da hat man die Leute ausgerzeigt Ich glaube so oft, alter, für das Bedingungen gemacht Na, 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 na Ne, ein bisschen Mana, alles voll, das ist richtig Das ist richtig, okay, mit so einem So gut, das ist ein Lyle Und so, das ist ein Lyle Bisschen Schaden Nein, ich komme nicht in Iran Die gehen halt, das blöde ist halt Echt zum Fernkampf Die gehen halt, die haben nichts mitgebracht, ich meine, die haben nichts mitgebracht, ich weiß wie ich schieß Aber ich mag jetzt nicht, was hier zu sterben, das wäre jetzt mal nötig Und hier muss ich jetzt drücken, Klaus Aus Versehen, haben die alle Ja, es ist gerade gesehen Okay Ich hätte noch meinen Ulti, ne? Aber das wird sie nicht töten Das geht jetzt schon, halt hier Und ich so Joa Joa, das halt Ah, okay Uuuuuh Uiuiui Ach, das war es zu uns Quinn ist alleine Oh, fuck Ich bin mal das live Okay, so ist es live Kannst du nicht Das ist ja nicht so, es gibt unser Support, das ist live und so weiter, da glauben wir es gibt es auch noch. Oh nix. Oh okay, das haben wir gar keinen Schock gemacht. Warum die sind fast down, Alter? Auf nix. Nix, Alter. Ich kann mich unsichtbar machen am Tower vorbeilaufen und sie töten, aber ich werde dann vom Tower nicht mehr zurückkommen. Nein, nein. Und der Killer ist es mir nicht schwer zu sterben. Oh nix. Ist halt nicht so der Weg auch ein Verkampf irgendwie.... Da würde nicht so wie er erscht. Na, ich bin natürlich klar. Okay, die unternehmen... Okay, die geht nur um ... Warum stehe ich ja noch hier? Ja, der steht auch noch da. Was meinst du? Na, ich bin ja. Ja, ich bin klar. 9 krieg ich leider nicht mehr weil der Tor steht, aber Jux holt sie sich einfach mal eiskalt und er läuft einfach in den Tower weiter rein und stellt sich jetzt auf den E-Ret macht er jetzt komplett weg oder was? Der wird nicht sterben Oh Gott Ich lass mal Ich lass mal So, jetzt lass mich sie laufen Lass sie laufen Nein Guck, das ist mir nicht so geil Uiuiui Jetzt quennen wir ja schon fast Ne Warte, bleib drauf jetzt Jetzt haben wir super Versagen Das ist auch geil Höh, wo ist die denn hin? Der hat sich durchgegengebracht Ich bin leider gestorben So wie, so wie, was ist ja Jesus? Also zack, 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 immer durch an der Tor Das war ihre Ulti und nicht ihre Q Ähm, was wollte ich denn jetzt? Magie durchdringen Du Äh, Nis Du Kriegst einfach mal gleich einen Schaden Reitu, jetzt können wir jetzt drauf rein auf den Tower und ihn zerstören und so wird dich nicht interessieren Ich hab meine Ulti schon wieder, Masse Geh ver- Geh dir Wieder, mega schnell Wieder Und Da muss ich mir Geh screw Gib Bitte Mehr Jawohl Das ist nicht so schön Wo Da geht Ich muss nicht, dass das richtig schön Ich bräuchte auch mal dringend wieder halten, ich hab wieder 4-4. Ich hab 5-2. Ich merke grad, dass der Super-Versale Minus-3 sich mir wieder geblendet hat. Ja, unser Freund hier, der Maxim, lässt uns aber hier nicht sterben. Nein, nein. Nein, du musst das hier, ist das. Ich bin nett. Das war jetzt nicht so geplant. Aber... Soraka, okay. Ich krieg's auch noch. Achtung, Trash. Die Wiener. Karcher, Karcher, was machst du? Was machst du? Ich guck, was ich da so tue. Oh, du z sung. Spielst du? Ne, nein, 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 nein. Easy. Hol du dir? Ich kann doch laufen. T-Link Verlag, oh, kch Da neben deinem Bild geht's nicht Handy. Ich sag' ich das hier, die Wind kann toca... Gre... ich guck mit der Ableck-Verbinderung eine Waffe, die mir FMS klappt Ableck-Verbinderung ist überall nur passiv, ist ja doof naja, dann gucken wir uns das halt einfach mal ein bisschen Speedto und ich komm mal nach vorne Nein! Aber das war eh klar Aber die haben noch nicht den Einzauern, der geht es auch, auf jeden Fall Geh einfach auf den Tauern Schlecht schnell Junge, wie lange brauch ich denn? Ich hab mir so lange Jahre vor, einfach mal diesen roten Teppich hier diesen langen Weg hier, langzulaufen Ich sag, das ist ja schnell ab, der Tower of the Tower Nein, 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 tust du nicht Ja, aber alles ganz schön schnell, ich hab's gehofft Ich hab 6600 Hier sind drei Leute Die sind pur fixiert auf mich zu kämpfen Guck mal, die interessiert auch nicht mal, dass die angegriffen werden Die wollen nur auf mich! Naja Die kriegen auch noch mich! Nein, das ist ja langsamer Ja, natürlich kommst du nicht weg Hast du eine Ulti? Ja, hätt ich gehabt, aber ich hätt nix gebracht, weil ich hab mich verlangt, so mit dir Ulti Doch, du wärst du wärst abgehauen wenn du vorher die Ulti genutzt hättest, sonst ist es grundsätzlich hast du es vielleicht sogar schaffen können Vielleicht wollte ich mir jetzt noch was kaufen Naja, passiert drei Devs Naja, vielleicht wollte ich mir noch was kaufen Höh Leichter Wollte ich aber irgendwie nicht Ja gut, was halt ich für eine Angriffsgeschwindigkeit Ja gut Wer ist Esch? Wie geht er nicht? Äh, Jynx 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 hat eine 1-3 Escher hat eine 2-6 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 Uff Kauke Uff Kauke So da Kauke care Sehr Luisa Guck mal die Deutsche weg Sie hat schon speed ennen Ach Wann darf man es werden? Der dude, der dunkel wird auch wieder ausgebaut Alter, verarsch mich nicht, jetzt bin ich gerade gekommen, Jax hat gelandet, siehst du statt? Naja, war eine ganz interessante Runde, wir waren mal ein bisschen was, ja ein bisschen anders in dem Sinn, weil wir jetzt mal gerade so jemand da hatten, haben wir nicht so versprochen, was er heute im Spiel, aber es war mega gut, war mit Jax, war es eigentlich einfach zu verlieren, aber so wäre es einfach. Okay, die hatten keinen Rangler, also. Der heulende Abgrund, eine bodenlose Gletscherspalte, neben von einer uralten Festung, in den Gletscher gehauen worden, niemand erinnert sich, wer in der Haft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.